Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der RE-MAX News im heurigen Jahr. Und das ist unser erstes Thema. Das Jahr 2020 war trotz aller Herausforderungen rund um Covid-19 wieder ein gutes Immobilienjahr. In Summe wurden in Österreich aber weniger Wohnungen und Einfamilienhäuser verkauft als im Jahr 2019. Das bedeutet aber auch, dass das Niveau der Immobilientransaktion nach wie vor sehr hoch ist. Wie sich der Immobilienmarkt im heurigen Jahr entwickeln könnte, dazu jetzt mehr. Der RE-MAX Real Estate Future Index, kurz REFIX, ist die Summe der Expertenmeinungen von den rund 560 im RE-MAX-Netzwerk tätigen Immobilienexperten aus ganz Österreich und soll einen bestmöglichen Blick in die Zukunft am heimischen Immobilienmarkt geben. Für das Jahr 2021 sieht die Einschätzung ein spürbar steigendes Angebot an Immobilien. Die Nachfrage nimmt im Gegensatz dazu nur marginal zu. Ebenso wird ein Trendknick bei den Preisen vorausgesagt. Bei Wohnimmobilien steigen diese in Summe zwar weiterhin, allerdings nur mehr halb so stark wie zuletzt. Dazu kommt, dass die frei vereinbarten Mieten im Jahr 2021 eher fallen als steigen werden. Die Preise für Eigentumswohnungen könnten dagegen generell noch geringfügig zulegen. Baugrundstücke werden sich unverändert im Nachfragehoch befinden, gefolgt von Wohnobjekten in Einzellagen, Einfamilienhäusern und Wochenendhäusern. Das ist die sogenannte Stadtflucht, der Trend hinaus aufs Land. Eigentumswohnungen in zentralen Lagen sind der Prognose zufolge erst auf Rang 5 bei den Preissteigerungen zu finden. Mehr dazu finden Sie auch unter www.remax.at slash presse slash presse aussendungen. Sollten Sie daran denken, Ihre Immobilie zu verkaufen, dann ist jetzt also noch ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Oft beschäftigt einem auch das Thema der Immobilienweitergabe innerhalb einer Familie und stellt Besitzer vor viele offene Fragen. Dazu bietet REmax für Interessierte aktuell Online-Vorträge an. Was ist meine Immobilie eigentlich wert? Welchen Preis könnte ich in meiner Region bekommen? Oder wie gebe ich meine Immobilie am besten an meine Kinder oder Enkel weiter? Diese Fragen tauchen vielmals oft gleich zu Beginn einer geplanten Immobilienweitergabe auf. Der Wert einer Immobilie resultiert nicht daraus, was sie beim Bau oder Kauf einmal gekostet hat, sondern vor allem daraus, was potenzielle Käufer dafür bezahlen würden oder was zum Beispiel an Mieteinnahmen damit erzielbar wären. Für Fragen rund um die Bewertung einer Immobilie stehen Ihnen in den REmax-Büros österreichweit Expertinnen und Experten zur Verfügung, welche gemeinsam mit Ihnen die Marktpreise regional analysieren können, über die verschiedenen Methoden einer Immobilienbewertung beraten und mögliche Verfahren einer sinnvollen Preisfindung mit Ihnen besprechen. Besonders nützlich und gut angenommen werden in der aktuellen Situation auch die kostenlosen Online-Vorträge, in denen neben den Immobilienexperten auch Notare und Rechtsanwälte Antworten auf viele offene Fragen rund um die Immobilienweitergabe geben. Mehr dazu erfahren Sie auch unter www.remax.at Für den Einzelhandel musste im Jahr 2020 leider eine ernüchternde Bilanz gezogen werden. Die Corona-bedingten Lockdowns haben bereits erste massive Auswirkungen nach sich gezogen. Laut österreichischem Handelsverband haben sich die Gesamtumsätze im stationären Einzelhandel von 76,6 Milliarden auf 74,5 Milliarden, also um ca. 2,9 Prozent reduziert. Unter Berücksichtigung der Inflation fällt das Minus mit 4,2 Prozent noch deutlicher aus. Das Minus im stationären Handel hat sich laut Untersuchungen des Handelsverbandes und des Wirtschaftsforschungsinstituts großteils auf das Internet verlagert. Der Online-Handel ist laut WIFO im Jahr 2020 um rund 17 Prozent gewachsen und hat erstmals einen Anteil von mehr als 11 Prozent am Gesamtumsatz erreicht. Diese Verlagerung hat dazu geführt, dass seit Ausbruch der Corona-Pandemie bereits 10 Prozent der österreichischen Händler ihren Betrieb schließen mussten. Im Gegensatz zur Handelsbranche ist die Logistikbranche wohl einer der großen Gewinner des Jahres 2020. Die massive Veränderung in Richtung Online-Handel bedeutet letztlich eine immense Herausforderung für die dahinterliegenden Warenströme. Mehr dazu auch unter www.remax.at slash Presse slash Presseaussendungen. Das waren die neuesten Informationen über den Immobilienmarkt in der aktuellen Ausgabe der Remax News. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, Sie bei der nächsten Ausgabe im Juni wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.